Hallo und grüß Gott, liebe Zuschauer. Mein Name ist Athenia Andrischtschak. Ich befinde mich heute im Priesterseminar der Petrusbruderschaft in Wiegradsbad und freue mich, dass sich Diakon Alexander Mayer aus Österreich heute unseren Fragen stellt. Hallo und grüß Gott, Herr Diakon. Grüß Gott, Frau Andrischtschak. Herr Diakon, Sie sitzen in einem langen, schwarzen Gewand vor mir. Haben Sie sich heute besonders schick gemacht oder was tragen Sie da eigentlich? Das, was ich anhabe, ist jene Kleidung, die wir als Gemeinschaft, als Priesterbruderschaft, zu unserer Gemeinschaftskleidung erwählt haben, eben die klassische weltpriesterliche Soutane, wie sie eigentlich vorgesehen ist für den Weltpriester. Und ja. Ich wollte Sie gerade fragen, ist die Soutane nicht eigentlich die Alltagskleidung eines Priesters? Wie kommt es, dass Sie als Seminarist und Diakon schon eine Soutane tragen? Also bei uns ist es so, dass es eben dadurch, dass es Gemeinschaftskleidung ist, so ähnlich wie vielleicht in einem Kloster der Habit, wenn jetzt zum Beispiel ein Zisterzienser, ein Benediktiner oder ein, ja wie auch immer, Mönch mit seiner Einkleidung das Ordensgewand bekommt, ist es bei uns eben nämlich auch so mit eben der Tonsur und der zeitweiligen Eingliederung in die Gemeinschaft. Und das findet bei uns im zweiten Jahr statt. Und ab dann trägt man eben dieses Kleid, wie es auch früher war in Seminarien auch üblich, dass man eben mit der Tonsur, mit der Einkleidung dann die Soutane trug eben als Gemeinschaftsgewand. Also kann man festhalten, der Habit ist das Ordensgewand von Mönchen, von Schwestern, und die Soutane jetzt im Fall der Petrusbruderschaft eigentlich das Bruderschaftsgewand, so einfach. Ja, so kann man es theoretisch, ja genau, eigentlich kann man es genauso sagen. Wie haben Sie sich damals gefühlt, als Sie zum ersten Mal Soutane trugen und wie hat das Umfeld reagiert? Es war ein wunderschönes Gefühl, es war sehr, man hat sich, wie soll man, es war sehr edel. Man war, man hat, ich habe eine unglaubliche, wie soll man das sagen, ja Ehre in mir verspürt, dieses Gewand tragen zu dürfen. Es war so, ich war ja lange Zeit auch Ministrant, da trägt man auch so Talar und dann trägt man auch so ein Korrock drüber. Aber es ist doch etwas anderes, als auch in der Öffentlichkeit, in der Stadt zu tragen. Und ja, also das erste Mal war ich dann gleich nach meiner Einkleidung mit meinen Eltern in Bregenz zu Besuch und haben uns die Stadt angeschaut. Und es war schon einmal, wie soll man sagen, doch durchaus irgendwie, ja, ungewohnt. Also die ganzen Blicke, aber nach spätestens zwei Wochen gewöhnt man sich. Und tatsächlich macht man so viele gute Erfahrungen, wenn wirklich mit der Soutane auch ein Zeugnis für Christus geben. Weil man sie gleich auch als Vertreter der Kirche erkennen kann. Das hat durchaus Vorteile. Sie sind jetzt Diakon. Sie befinden sich auf der letzten Stufe zum Priestertum. Zum Weihsakrament gehört ja die Diakonatsweihe, die Priesterweihe, die Bischofsweihe. Was ist das Besondere an der Weihe zum Diakon? Was gehört zu Ihren Aufgaben? Oder anders gefragt, was unterscheidet Sie von einem Priester? Also es gibt ja, also es ist ja bei uns so, dass wir bei uns diese sieben Weihe Stufen haben, plus die Tonsur, also die vor den Weihen Stufen steht. Wir hatten ja auch das letzte Wochenende, da die niederen Weihen wieder im Seminar. Und die Diakonatsweihe ist bei uns mehr oder weniger ein Übergang eben zum Priestertum. Und als Diakon natürlich hat man auch zahlreiche Aufgaben. Es ist bei uns so, dass wir in der Mittelzeit des Diakonatsjahres, bei uns ist es genau ein Jahr, von der Diakonatsweihe bis zur Priesterweihe, ist es so, dass man ab der Halbzeit das erste Mal auch in die Praxis kommt, zu den Gläubigen, in das Apostolat, in die Niederlassung. Und das war bei mir jetzt mit Weihnachten so. Und tatsächlich gibt es ein sehr breites Spektrum an Tätigkeiten. Unter anderem, ja, dass ich viel predigen darf. Ich darf Katechesen führen mit Kindern, mit Erwachsenen. Und auch, ja, wo hat mich der Pater auch schon zu Häusersegnungen geschickt. Und so gibt es einiges auch als Diakon dann zu tun. Aber Sakramente dürfen Sie noch nicht spenden? Doch, es ist ja so, dass auch der Diakon ordentlicher Sakramentenspender ist für manche Dinge. Manche explizit für die Taufe zum Beispiel oder auch für, man dürfte zum Beispiel beistehen bei einer Eheschließung. Also es ist doch so, dass man auch da schon seine Erfahrungen sammeln kann. Sie haben eben die Niederen Weihen angesprochen. Welche gibt es denn da und wie viele sind es? Ich denke, den meisten ist es kein Begriff mehr. Also es ist so, dass die Niederen Weihen von der Kirche eingesetzte Sakramentalien sind, die jedoch nicht seit der Liturgiereform einfach nicht mehr gespendet sind. Also es ist nicht mehr üblich, dass man sie heute spendet. Bei uns ist es doch in der Gemeinschaft üblich, weil wir eben auf die alten, unsere Gemeinschaft ist eben verbunden mit den alten Büchern. Also uns ist aufgetragen, dass wir eben die Bücher von 1962 nach dem Standard von 1962 verwenden. Und die sehen auch vor, dass wir da diese Niederen Weihen spenden. Es gibt insgesamt sieben Weihestufen und davon sind vier niedere Weihestufen und drei die höheren Weihestufen. Können Sie die kurz vor uns nennen? Ja, sehr gerne. Also die ersten Weihen, bei uns ist es so, dass man in jedem Studienjahr zwei Weihestufen empfängt. Da kommt dann extra der Bischof und dann gibt es dann die Weihen. Und so ist es, dass die ersten beiden Weihen der Ostiarier, der Türöffner sind, also früher eine eigene liturgische Funktion, und der Lektor. Somit ist man dann auch befähigt, dass man in der Heiligen Liturgie die Lesung singen darf. Dann im vierten Jahr kommt bei uns die Akolyten- und die Exorzistenweihe. Und mit dem sechsten Jahr, kurz vor der Diakonatsweihe, folgt dann die Subdiakonatsweihe. Sprich dann der letzte Schritt hin zur endgültigen Entscheidung mit der Diakonatsweihe. Haben Sie die Niederen Weihen auf Ihrem Weg zum Priestertum als hilfreich empfunden? Ja, ich denke, dass gerade die Niederen Weihen immer ein Stückchen weit auch einen, wie soll man das sagen, spirituellen Auftrieb geben. Man freut sich immer, ja, es sind doch irgendwie, zwar sakramental, in diesem Sinn keine Sakramente, aber doch irgendwie Motivationen. Ja, wir hatten das in unserer Hauskapelle, hatten wir, bevor sie umgebaut worden ist, so ein schönes Bild. Das waren die Weihstufen nach oben hin. Und da habe ich mir öfters gedacht, natürlich, man hat auch im Seminar so einfachere und schwierigere Zeiten. Und oft habe ich mir gedacht, wenn es mal ein bisschen schwieriger war, also zum Beispiel mit Studien oder ein bisschen stressiger, ach, aber trotzdem denkt man sich, haben wir gedacht, bei diesen Weihstufen, ja, es ist doch von der Mitte aus, wenn man jetzt angenommen schon jetzt Akolyt ist, steht man genau in der Mitte dieser Stufen, ist es doch gleich weit nach unten als nach oben. Also weitermachen. Und durchaus, ja, es ist auch eine gewisse spirituelle Bestärkung in den Dingen. Kommen wir zu Ihrer Berufungsgeschichte. Sie kommen aus einem Dorf im Wiener Wald. Ich denke, im ländlichen Bereich lebt man die Tradition noch etwas mehr als in der Stadt. Sind Sie denn konkret in der Familie religiös aufgewachsen? Hat der Glaube eine Rolle gespielt? Also das ist bei mir eine ganz interessante Sache, also etwas ungewöhnlich, denn es ist so, grundsätzlich hat meine Familie jetzt nicht so unbedingt jetzt den, ja, größten Glaubensbezug, aber dadurch, dass meine Mutter selbst aus Russland ist und wir oft in der Kindheit Russland Besuche hatten, haben wir uns auch oft Kirchen angesehen. Und da kamen wir auch tatsächlich manchmal in die göttliche Liturgie, in den Chrysostomus Ritus. Und das hat mich als kleines Kind dann doch so bewegt. Nur kurz zur Erklärung, der Chrysostomus Ritus ist russisch-orthodox. Der Chrysostomus Ritus ist einer von den beiden großen Ritensträngen, also den zwei Strängen, die entstanden oder sich herausgebildet haben, der Weltkirche. Er ist nicht primär orthodox, auch wir, unsere unierten Brüder im Osten, die katholisch unierten, die Griechen, zu zelebrieren diesen Ritus. Es ist ein Ritus, der etwas mehr den mystischen Akzent betont, während bei uns natürlich der römische Ritus eher mehr das Nüchterne betont auch. Und das hat mich damals als Kind eben so gepackt, dieser Ritus, dass ich damals eben irgendwie eine Faszination empfunden habe. Und dann in der Volksschule hatten wir eine sehr gute Religionslehre, eine sehr ambitionierte, bei uns war das so, im Ort die Burschen, die sind Ministrien gegangen. Und damals die Religionslehre, ja, ganz konkret, wer an Ministrien geht, kriegt ein Einser, wer nicht geht, kriegt ein Zweier in Religion. Damals, die Freunde sind gegangen, man hat sich angeschlossen, und dann war man in der Pfarre. Hatten Sie damals ein besonderes Berufungserlebnis, oder wann haben Sie zum ersten Mal daran gedacht, Priester zu werden? Das war so, ich habe die erste Messe ministriert, habe damit eigentlich gar keinen großen Bezug gehabt. Das war die Freunde, die haben es gemacht. Wir haben mich da angeschlossen, haben sich hingestellt, haben ministriert. Und nach der Messe kam ich zur Mama. Mama, ich will Pfarrer werden. Die Mama hat mich angeschaut. Ja, also das überlegst du dir noch ein paar Mal. Ja, da bin ich mir sicher mit sieben Jahren. Und das hat sich eigentlich nie geändert. Es hat dann natürlich immer mehr an Reife, auch natürlich innerliche spirituelle Überzeugung bekommen. Das ist ja klar. Ja, aber schlussendlich war das dann der Weg. Und dann, wo wirklich die Entscheidung klar wurde, ins Priesterseminar einzutreten, war, als ich mit 14 Jahren ins Kloster gegangen bin, für einen Monat, ins Stiftheiligenkreuz, und habe da einen Monat Kloster auf Zeit gemacht. Und da wusste ich ja, das ist mein Weg, das Priestertum. Das heißt, Sie hatten als Kind zum ersten Mal diesen Eindruck, diesen Wunsch, Priester zu werden. Den haben Sie dann auch gleich nach außen mitgeteilt. Sind Sie ansonsten, haben Sie es auch den Freunden der Familie, der weiteren Familie auch schon mitgeteilt? Oder wollten Sie den Gedanken erst mal prüfen für sich behalten? Das war immer klar. Das war immer in der Schule, ja, der Meier, der will Pfohrer werden. Aber es war immer so, also so ganz natürlich locker. Das war nie so ein Problem und das hat so gepasst. Das war so einfach, ja, locker. Und gab es darüber hinaus noch so einen Moment der Gewissheit, in dem Sie ganz sicher wussten, hier wird Gott, das ist meine Berufung? Also es ist ja zunächst einmal so, dass man ja ins Seminar eintritt, um diese Berufung konkret zu überprüfen. Und dass eben man im Seminar dann wirklich sagen kann, nach der Ausbildung, das ist zum Beispiel jetzt tatsächlich mein Weg, ich bin dafür geeignet. Es gibt in der Kirche eben diese zwei, wie soll man sagen, diese gewisse Waage. Es gibt den Begriff der Neigung, sprich des Kandidaten, ich fühle mich zum Priester, zum Geneigt. Und dann eben den Begriff der Eignung, sprich das ist das, was dann die Oberen bei einem feststellen. Und das Urteil der Kirche, ob man nun dazu geeignet ist, und das ist dann mehr oder weniger auch das, was dann wirklich auch objektiv sagt, ja, es ist der richtige Weg oder nicht für einen. Ganz allgemein, was würden Sie jungen Menschen empfehlen, die sich mit dem Gedanken tragen, vielleicht einen geistigen Weg zu wählen? Wie können Sie erkennen, welcher der richtige Weg ist, was Ihre Berufung ist? Ausprobieren. Einfach ausprobieren. Ich denke, also ich kann ja nur von mir sprechen, und bei mir ist es tatsächlich so gewesen, es war wirklich immer ein gewisses Hingezogensein. Ich war als Kind schon in der Pfarre, ich war als Kind schon, ja, das war immer, ich wusste, nee, das passt einfach. Und ich denke, ich würde jedem jungen Menschen sagen, der sich da interessiert, vielleicht da auch den geistlichen Beruf zu erwählen, einfach ausprobieren. Es wird sich in Seminarjahren, in sechs, sieben Seminarjahren, wird sich das immer offenbaren. Und ich denke, wenn man es nicht ausprobiert hat, wird man es dann schlussendlich auch immer irgendwie, es wird immer latent vorhanden sein, auch später, und es ist gut, wenn man dann Gewissheit hat, weil dann weiß man, ist es was oder ist es nichts für mich. Und haben Sie noch einen Rat für Leute, die sich dann fragen, ob das eigene Einbildung ist oder vielleicht doch der Wille Gottes, wenn man sich nicht klar ist, welche Stimme man da eigentlich hört? Also ich würde das natürlich als nächstes mit meinem persönlichen Seelenführer, Beichtvater, Pfarrer besprechen. Und ich glaube, dass man da gar nicht allzu kritisch in dieser Sache sei. Nicht, wie soll man sagen, allzu jetzt hier vorsichtig skrupulös sein soll. Man soll es einfach probieren. Und wie gesagt, dadurch, dass eben das Seminar einen überhaupt erstmal aufnimmt, man die intellektuellen und persönlichen Herausforderungen hat, dass man da ins Seminar überhaupt aufgenommen wird, ist das schon eine gewisse, wie soll man das sagen, auch Bestätigung von außen hin, und dass das durchaus der richtige Weg sein kann. Sie haben Ihre Entscheidung, Priester zu werden, sehr jung getroffen. Sie sind auch direkt nach dem Abitur im Seminar eingetreten. Meinen Sie, dass man in diesem Alter überhaupt schon eine Lebensentscheidung dieser Art treffen kann oder ob es nicht vielleicht ratsam und sogar vernünftig wäre, erst einmal in die Welt zu gehen, Ihr Angebot anzuschauen, um dann fundiert entscheiden zu können? Ich denke, dass wir heute besonders in einer Zeit leben, in der es sehr schwer fällt, Entscheidungen zu treffen, dass doch gerade Jugendliche und junge Erwachsene sich sehr schwer damit tun, sich fürs Leben eine gewisse Entscheidung zu finden. Aber ich denke, natürlich ist es immer gut, wenn man in der Welt Erfahrung sammelt, wenn man in der Welt da sucht und Dinge kennenlernt. Aber bei mir war es in meinem persönlichen Fall, es war für mich einfach klar, ich möchte ins Seminar eintreten, ich habe meine Ausbildung fertig gemacht, aber grundsätzlich natürlich, ja, Gottes Wege sind verschieden, jeder hat seine eigene Berufung, wenn Gott die Berufung erst mit 30 entdecken lässt, ist es auch gut so. Dann hat es das vielleicht gebraucht. Welche Schritte sind Sie dann konkret gegangen? Sie kommen aus Österreich, in Österreich in den Diözesen gibt es auch Priesterseminare, wunderbare Gemeinschaften. Haben Sie sich da mal was angeschaut? Es ist so, ich habe natürlich eben mit auch einigen Klöstern mir das angeschaut. Ich habe auch eine, wie soll man sagen, eine gewisse Faszination für den Passionistenorden, die ja doch besonders auch das Leiden Christ und auf das Kreuz sehen und auch deren Heiligen. Aber schlussendlich war es auch bei mir so, dass ich als Jugendlicher eben in unserer Gemeinschaft da Anschluss gefunden habe und es hat einfach gepasst. Welche Gemeinschaft meinen Sie jetzt im alten oder im neuen Ritus? Und da würde ich schon die nächste Frage anschließen. Wann haben Sie den alten Ritus denn kennengelernt? Denn so wie ich es verstanden habe, sind Sie im neuen aufgewachsen. Genau, also ich bin im neuen Ritus aufgewachsen, bin getauft worden, habe meine Erstkommunion in der Pfarre gehabt und auch meine Firmung. Und dann war es ganz interessant. Wir sind ja eigentlich ein kleineres Dorf und aus unserem Dorf sind in den letzten zehn Jahren drei Berufungen rausgegangen. Und mit dem anderen haben wir, da waren wir so kleine Kinder noch, ministriert und der war auf Berufungssuche. Unter anderem hat er sich dann auch gedacht, ja, ich will da mal mir auch die traditionelle Messe ansehen und hat gesagt, Alexander, ja, komm mit, es ist so langweilig, allein nach Wien zu fahren, ich will ja nicht allein hinfahren, komm mit, wir schauen uns das an. Und so bin ich damals mit ihm mitgekommen, ja gut, wir fahren halt dahin, schauen uns das an für dich. Und dann bin ich kleben geblieben. Das war... Was hat Sie damals am meisten angesprochen oder berührt? Was mich am meisten berührt hat, war wirklich in der Heiligen Messe dieser ehrfürchtige Charakter, auch die Umgebung des Chorals, des Gregorianischen. Das war einfach damals für mich irgendwie eine Faszination, mit 14, 15 Jahren das zu sehen, so etwas total Neues, Ungekanntes kennenlernen zu dürfen. Und es hat mich irgendwie angezogen und dann war man einfach motiviert, auch am Samstag aufzustehen um halb sechs in der Früh, wo die Mutter einen gefragt hat, also du bist ja verrückt, da gehst du die ganze Woche in die Schule, musst früh aufstehen und am Samstag um halb sechs machst du dich da auf. Aber irgendwie, ja was soll ich sagen. Und gab es bei Ihnen vor Ort auch den alten Ritus? Nein. Also den alten Ritus selbst habe ich nicht im Ort kennengelernt. Ich habe den alten Ritus in der Gemeinde der Priesterbruderschaft St. Petrus in Wien kennengelernt. Und das ist eine Stunde entfernt von mir daheim. mit den Öffis. Und ja, man fuhr halt hin und hat es dann... Und für Sie war dann auch klar, dass Sie, wenn Sie Priester werden, dann im alten Ritus? Oder wie kamen Sie zu dieser Entscheidung? Also wie gesagt, ich kam in die Gemeinde der Petrusbruderschaft, war dann auch Ministrant dort, war dann immer zu den Festlichkeiten da und habe einfach gespürt, ja, das ist für mich der richtige Weg. Das ist das, wo ich mich wohl fühle. Es hat einfach gepasst in Wien. Wir hatten so wunderbare Vorbildpriester da und ja, auch der Weg überhaupt zum Ministrieren nach Wien war auch ein bisschen zwar, ja, mit Umständen und das war ja zuerst überhaupt so in Wien, da kam ich halt in die Messe und dann kam erst ein Herr auf mich zu, ja, ich sehe hier junge Leute, kommt zum Ministrieren und da haben wir gesagt, nee, ich bin ja von weit weg, ich kann mich doch nicht binden in Wien und so und dann immer und immer wieder kam dieser Herr, bis ich gesagt habe, nee, wir machen das und dann durfte ich tatsächlich auch ministrieren und es war einfach, es hat gepasst. Ich bin dann auch hierher gekommen, habe mir das Seminar angesehen und wurde einfach gut und freundlich aufgenommen und so gesehen. Kommen wir eben zu dem Studienort hier in Wigratzwart. Wigratzwart ist der erste, das erste Priesterseminar der Bruderschaft, auch die erste Ausbildungsstätte. Gibt es darüber hinaus noch weitere? Ja, also die Priesterbruderschaft St. Petrus hat zwei große Seminarien, das ist eben das eine hier im Allgäu und das zweite ist in Nebraska, in Amerika, in den USA, in Denton heißt die Ortschaft und ja, das sind unsere. Wie viele Seminaristen studieren aktuell hier? Bei uns haben wir konkret momentan 102 Seminaristen im Haus und genau und ungefähr 10 bis 12 Ausbildner und das ist schon recht groß. Ja. Also es ist schon ein großer Betrieb, es ist recht viel los immer. Und in Amerika gibt es ähnlich viele Seminaristen? In Amerika sind wir ähnlich viel und genau und das ist immer, es ist auch, es findet auch zwischen den Seminaren durchaus auch ein Austausch statt, sodass die neugeweihten Diakonen aus Amerika dann zu uns kommen und ein paar Monate hier verbringen sich Europa, die Gemeinschaft in Europa anziehen und auch wir dann im Herbst nach Amerika fliegen um uns dort ein Bild von der Gemeinschaft zu verschaffen, die Mitbrüder kennenzulernen. Mir ist aufgefallen, dass es sehr viele sehr junge Seminaristen sind. Was meinen Sie, woran das liegt? Das ist ja auch eher untypisch. Einerseits denke ich, dass man einmal dieses Phänomen auch erreichen muss, ja, es gibt junge Leute und junge Leute ziehen junge Leute an. Also das war auch für mich ein wesentlicher Grund zu sagen, ja, ich gehe nach Wittgratzbad, weil ich einerseits viele Seminaristen schon kannte. Bei uns gibt es so ein System der Praktika im Sommer, da kommen Seminaristen in die einzelnen Seelsorgestätten, um sich das anzusehen, mitzuarbeiten, auch da ein bisschen zu arbeiten und das hat mich so fasziniert, auch diese Anzahl junger Leute, ja, auch Menschen, die heute noch Priester werden wollen und ja. Wie schätzen Sie das Durchschnittsalter ein? Also bei uns ist es so, das kann ich sogar ganz konkret sagen, dass wir bei uns generell diese Regel haben, dass man bis 35 im Lebensjahr eintreten kann und es ist doch so, dass die meisten so, wenn sie eintreten zwischen 18, 19 und sagen wir mal 29, sind 30, so in der Karte. Also sehr jung. Ich bin der Jüngste in meinem Jahr, ja. Es ist ein internationales Seminar, die liturgische Sprache ist Latein, aber Sie studieren wahrscheinlich nicht auf Lateinisch. Gibt es da auch Sprachen, in denen Sie studieren? Also es gibt zwei Sprachsektionen in unserem Seminar. Es ist so, dass man bei uns das ganze Studium, mehr oder weniger das ganze Leben im Seminar entweder auf Französisch oder auf Deutsch absolvieren kann. Es gibt eben zwei Sprachgruppen und die sind mehr oder weniger bis auf liturgische und gemeinschaftliche Veranstaltungen im Studium ganz getrennt. Also das ist jeweils in der eigenen Landessprache mit der Studium. Wie sieht die Tendenz aus? Haben Sie viel Nachwuchs und woher kommen die meisten? Es ist so, dass wir bei uns mehrere tatsächlich weltweit Seminaristen aus der ganzen Welt Nationen haben bei uns und es ist doch so, dass das Seminar ziemlich gewachsen ist, als ich gekommen bin. Aber doch, im Vergleichsmedizin sehe ich eine kleine Gruppe, wir waren 60 Seminaristen, jetzt sind es fast doppelt so viel und tatsächlich ist das Seminar zieht junge Menschen an und ja, wir freuen uns sehr darüber. Was war Ihr persönliches Highlight jetzt in der Zeit dem Seminar die letzten Jahre? Ich denke, die zahlreichen Freundschaften hier. Also wirklich die zahlreichen wirklich engen und guten Freundschaften, die man hier knüpfen durfte, das Gemeinschaftsleben, die zahlreichen auch Ausflüge, die wir gemeinsam hatten. Wir haben ja im Seminar regelmäßig, also ist bei uns die Regel, dass wir einmal im Monat einen gemeinschaftlichen Ausflug machen, meistens in eine Wallfahrtskirche oder so in eine Stadt und uns das ansehen und das waren wirklich so prägende Momente. Kommen wir zur Liturgie. Eine der großen Säulen der Petrusbruderschaft ist die Feier der Heiligen Messe. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie verwenden die Bücher, die Normen der Bücher von 1962, also vor Conciliar, das dürfen Sie auch. Das Motu Proprio, Traditiones Custodes, das betrifft Sie nicht. Das wurde dieses Jahr 2022 nochmal bestätigt. Sie kennen den alten Ritus. Wie hat sich Ihre Wahrnehmung der Heiligen Messe im Laufe der Zeit verändert? Also es ist durchaus so, dass man im Seminar selbst natürlich auch das Ganze viel tiefer durchdringen kann. Man hat den Unterricht in Liturgie, man beschäftigt sich sowohl theoretisch, also mit dem Aufbau der Liturgie, mit den Hintergründen, woraus entstand dieses und jenes Gebet in der Heiligen Messe, woraus kommt dieser und jener Teil der Heiligen Messe, aber auch einen spirituellen Input, dass man tatsächlich auch die einzelnen Dinge spirituell durchdringt und betrachtet, sodass man durchaus die Messe immer tiefer lieben und schätzen lernt. Und jetzt mit Blick darauf, dass Sie bald selber in Persona Christi handeln werden, was berührt Sie da am stärksten? Also momentan ist es tatsächlich so, ich bin gerade mitten dabei, auch die Heilige Messe zu lernen und was mich wirklich am tiefsten beeindruckt bei dem Ganzen ist wirklich, dass man eben anstelle Christi hier am Altar stehen darf und tatsächlich selbst bei den Übungen schon ist es oft teilweise wirklich schon ziemlich fesselnd, weil man doch irgendwie diese unglaubliche Ehre, die dann auf einem, so Gott will, ja tatsächlich im Juni zukommt, nicht, ja noch nicht so richtig fassen kann, also noch nicht so richtig, ja man fühlt sich dann doch irgendwie, ja natürlich ist man ja auch, aber doch dieses Gefühl auch da unwürdig ein Stück hin zu weit zu sein, eben diese Heilige Messe feiern zu dürfen dann. Die Petrusbruderschaft verwendet in ihrer Liturgie primär das Latein, aus nostalgischen Gründen oder weshalb macht man das? Also es ist doch so, dass eben tatsächlich die Heilige Messe auch in den Jahrhunderten im römischen Ritus in Latein gefeiert worden sind und ich denke, dass es für das Latein durchaus mehrere Gründe gibt, aber einen, den ich zum Beispiel wirklich auch praktisch und schön anführen kann, ist, egal wo ich auf der Welt in die Heilige Messe gehe, ich weiß, es ist in der Sprache, die ich gewohnt bin, es ist in der Sprache, die ich einfach kennengelernt habe und ob ich jetzt in Amerika, ob ich jetzt in Italien, in Kroatien in die Heilige Messe gehe, sagen wir mal, mit der lateinischen Sprache, findet man doch irgendwie das wieder, was man eigentlich auch hier bei uns hat. Also meinen Sie nicht, dass es für die Gläubigen schwer ist, das Latein zu lernen oder zumindest zu praktizieren während der Heiligen Messe für den Mitvollzug? Ich meine doch. Ich meine, es ist natürlich für viele schwer, wenn nicht sogar teilweise auch eine Überforderung und auch teilweise auch praktisch nicht realisierbar. Wir haben natürlich viele Gläubige, die ihre Familien haben, die haben ihren Alltag, die haben ihre Verpflichtungen und da ist natürlich klar, dass da keiner jetzt groß Latein lernen kann, keiner die Zeit dafür hat, aber ich denke, dass gerade die Betonung, dieses mystischen Elementes, dieses Übernatürlichen, dieses Lateinische, das wirklich eben sich bewusst distanziert von unserer profanen Sprache, die ja heute ziemlich leider Gottes auch oft verkommen ist und bewusst eben dieses mystische Element betont. Ich glaube, dass es oft gar nicht mal so absolut notwendig ist, wirklich das Letzte bis auf den Punkt zu verstehen, sondern einfach sich von dem Ganzen ergreifen zu lassen und eben diesem heiligen Kult zu folgen. In Ihrem Werdegang haben Sie da auch schwere Erfahrungen gemacht? Sind Sie auf Kritik gestoßen? Wenn ja, was wurde kritisiert? Naja, es ist natürlich doch so, dass die Oberen auch einen konkreten, auch objektiv beurteilen. Man hat hier regelmäßig jedes Jahr so Gespräche, auch mit dem Regens und die Oberen geben dann ihr Statement eben ab. aber was durchaus mich tatsächlich, mich persönlich doch sehr gefordert ist das Studium. Also ich bin eher so der praktisch veranlagte Mensch, aber doch tatsächlich eben, ja, dieses ganze theologische System, die ganze Philosophie, die Theologie zu erlernen und sich da ganz wirklich da rein zu versetzen, erfordert doch eine große, ja, wie soll man sagen, viel Mühe. Das ist Ihre Herausforderung. Das war meine Herausforderung. Und haben Sie auch Kritik erfahren im Umgang mit den Mitmenschen? Unverständnis Ihrer Berufung gegenüber, Unverständnis auch der Petrusbruderschaft gegenüber? Tatsächlich muss ich sagen, ich hatte bis auf wenige kleine negative Erfahrungen, so mal auf der Straße oder so, niemals irgendwie Unverständnis. Selbst die Leute in meiner Pfarre sagen, ja, Alexander, ich meine, ja, wir verstehen das jetzt nicht unbedingt, warum du jetzt nach Deutschland gehst, so weit weg, obwohl natürlich auch bei uns genug Möglichkeiten sind und auch bei uns ja ein Priestermangel herrscht, aber wir verstehen dich, es ist gut, dass du das machst, was du gut findest und wir unterstützen dich dabei. Von daher, was eigentlich immer gut unterstützt, ja. Ein kurzer Ausblick, worauf freuen Sie sich am meisten, wenn Sie dann endlich geweiht werden? Tatsächlich ist es aufs Heilige Sakrament dabei, ich dir wirklich diese unglaubliche Gnade haben auch zu dürfen, da eben als Mittler Christi die Menschen die Menschen von den Sünden frei zu sprechen und eben auch den Menschen wieder sagen zu können, ja komm, geh, deine Sünden sind dir genommen und tatsächlich auch den, ja, dieser persönliche Umgang einfach für die Menschen da zu sein, das ist das, wo ich mich irgendwie tatsächlich auch am meisten freue. Und wie viele werden mit Ihnen geweiht in wenigen Monaten? Es ist ja so, wie vorhin erwähnt, haben wir ja zwei Sprachsektionen und es ist tatsächlich bei uns so, fünf französischsprachige und fünf deutschsprachige, die in unserer Sektion geweiht werden. Haben Sie noch einen Wunsch oder wünschen Sie sich etwas von unseren Zuschauern von KTV? Wissen Sie, ein Mitbruder hat damals mit meinem Eintritt gesagt, einer der John Priest, der ist, war damals Seminarist, Alexander, wenn du keine hundert Beter hast, brauchst du gar nicht ins Seminar einzutreten. Deshalb bitte ich Sie wirklich von Herzen auch für meine Mitbrüder und mich und auch für das ganze Seminar einfach wirklich innig zu beten, dass wir eben auch ja mit den ganzen Berufungen auch gute und eifrige Seen, eifrige Priester heranbeten können und auch natürlich dann als Priester gut unseren Weg gehen können. Das ist wirklich meine innige Bitte an die Zuschauer, die jetzt hier dabei sind. Vielen Dank, Herr Diakon Alexander Mayer, für den sehr lebhaften Eindruck. Wir versichern Ihnen unser Gebet auf jeden Fall und wünschen Ihnen den reichsten Segen für Ihr weiteres Wirken. Verkeltsgott, herzlichen Dank Ihnen. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020